...Energy, History, and Mercy. Boah, da draußen die Hurenficker draußen, ne? Du kriegst Plagg, wenn ich das höre. Vor allem, wenn ich jetzt hier grad so voll am Zocken bin, ne? Könnt ihr euch mal grad schön in den Popo... Ha, zack! Da ist es passiert! Ich will uns noch zwei Sachen... ...Mann, dass du immer in die falsche Richtung schießt, du dummer Wichser! ...Mann, dass du immer in die falsche Richtung schießt, du dummer Wichser! Oh! I need this! Oh! Hm? Huh? Huh? Das war's für heute. Ah, nicht schon wieder die. I hate them. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Kommst du mal her? Spinner, ey. Ich muss unbedingt mehr von diesen Dingern nutzen. Wir sind ja okay. Einfach mal ein bisschen ausweichen und so. Oh, Autos, ne? Das fliegt euch. Lustig ist, dass das Spiel jetzt schön flüssig läuft. Was es eben nicht getan hat aus irgendeinem Grund. Oh, du heilige Scheiße. Nein, ich bin gleich tuuut. Zack! Es ist all right. Okay. 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 Okay, okay. Okay. Weißt du was. Okay. Okay. Wir sind. Okay. Okay. Jetzt ist das. Okay, der macht nix. Ich hoffe, ich... Ja! Sehr schön. Jetzt haben wir jetzt wieder alles schön voll da oben und die Autos gehen mir so tierisch aufs Ei. So, sterben wir mal alle, bitte. Das ist echt super dagegen. Ich werd damit auch voll zugeschissen mit dem Kram, also ich muss da unbedingt mal ein bisschen mehr nix. Oh, ich bin vergiftet. Vergiftet, das ist aber auch das erste Mal, dass wir vergiftet sind, oder? Hört man ja auch nicht auf der Tonspur, ne? Nein! Nein! Kame Huren-Söhne! Oh! Mensch! Ach, nein! Nein! Ich mache gar nichts, ne? Ah, das hat gezeichnet Vielleicht kommen bestimmt zwei von den Viechern Ja genau, schieß mal schön daneben Fünf Runden noch Mann, verpiss dich mal mit deinem scheiß Stock da Oh Mann, ich hoffe mal, dass wir das eine Ding da jetzt behalten haben Ja, sieht so aus, das ist schön Gut, der ist auch noch an Dann wechsle ich mal grad die Waffen Ach, Quatsch Und zwar nehmen wir hier den Feuerbalg Und hier nehmen wir Hier den Spieß glaube ich Und da nehmen wir das Feuerkarussell So Mal gucken, was das jetzt wird her Ja Zolf hat difficulty telling me a story Haven't heard it I could understand why Jo Bitches Wurde er schlagen, oder? Jo 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 Oh, das ist auch noch ein. Oh, das ist auch noch ein. Was ist das? Was ist das? Er hat sich in den Hüngaren in den Tunneln des...